Liebe Kollegen, wie Sie wissen, erleben wir gerade eine noch nie dagewesene Bedrohung unseres Bundeslandes und seiner Sicherheit. Vier tote Kollegen in einem halben Jahr, das hat es in diesem Land noch nie gegeben. Wir sind dafür da, ein Krisenteam zusammenzustellen. Dass ihr polizeilich top seid, davon gehen wir aus, sonst werdet ihr alle nicht hier. Und dass ihr nicht teamfähig seid, davon gehen wir auch aus, sonst werdet ihr nämlich nicht top. Haben Sie eine Idee, warum jemand Polizisten ermordet? Hass auf den Rechtsstaat, an Demokratie, uns Angst zu machen? Sie sind jetzt mal der Täter. Was machen Sie mit Ihnen? Sie stehen vor Ihnen, was würden Sie mit Ihnen machen? Ich bin Polizistin und ich weiß, wie weit ich gehen kann. Die Fantasie, die ich habe, ist natürlich eine andere. Wie ist denn die Fantasie? Die Fantasie ist, dass ich Ihnen... Wie fühlt sich Hass an? Hass ist Anarchie. Gut, 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 wunderbar, wunderbar, gut. Stopp. Ein Motiv. Es hat was mit der Polizei zu tun. Definitiv, weil die Opfer sind Polizisten. Ich denke, die Täter auch. Deshalb sind wir hier, oder? Now we're talking. Sogar, wenn es LeuteUNG geht girern. Aber wenn es das fast bedeutet,bildungskinizen wird, was funktioniert, muss, wenn es die Täter auch wieder pineapple متuten sein. wenn es bei ihrem Arbeit quedert.